Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Und jetzt kommt die Julia, auch aus Hohenhening, das ist ihre Schwester und trägt auch ein super schönes Kleid. Super, genau, perfekt. Das ist Marie, sie kommt dort aus Tanger Münde. Super! Ein schönes Kleid vor, würde ich jetzt mal sagen, aus dem Frühjahr, 14. Jahrhundert, ja, glaube ich schon, fast. Frau Lennon, aus Tanger Münde, sie hält es Pläne. Ein wunderschönes Kleid, kann auch aus Tanger Münde. Ja, genau, mit einem schönen Sauhunden, übrigens, mit schönen Blüten. Hallo, komm mal hier, komm mal hoch, komm mal hoch, Prinzessin, machen wir langsam, machen langsam. Das ist die Maria und führt uns ein wunderschönes weißes Kleidchen vor. Eine schöne Prinzessin, eine Drehung, perfekt gemacht. Haben wir noch jemanden, Jungs oder so? Die Ritter, die fehlen noch. Die Ritter haben halt irgendwie ein bisschen Angst, da sind die Frauen mal wieder vom Vorteil hier. Aber habt ihr super, ihr macht. Schöne Prinzessin, was? Kommt, und wir haben noch einen Special Guest, natürlich. Der darf natürlich nicht fehlen. Einen Ritter haben wir, der sich getraut hat. Die wunderschöne Ritterrüstung schützt nicht nur den Hund, auch den Besitzer. Wenn man mal attackiert wird, kann ja sein. Passt, sitzt, wackelt und hat Luft. Der Hund fühlt sich wohl. Einen Applaus! Einen Applaus! Einen Applaus! Einen Applaus! Einen Applaus! Dankeschön! Einen Applaus! Und Polde!